Guten Morgen! Wir legen direkt los und starten mit einer 10-minütigen Morgenmeditation im Wald. Schau als erstes, dass die Position angenehm für dich ist. Lass die Schultern einmal genüsslich kreisen. Beweg den Kopf von rechts nach links und richte dich auf, sodass du Länge in deine Wirbelsäule bringst. Schließ die Augen. Am besten so, dass noch ein kleiner Spalt geöffnet ist. So wie eine Jalousie, die nicht ganz heruntergelassen ist. Nun stell dir vor, du bist im Wald. Es ist früh am Morgen und die Sonne geht über den Bäumen auf. Ihr Licht strahlt durch die Blätter und lässt sie leuchten wie kostbare Smaragde. Auch dieser Moment ist wertvoll. Es ist dein Moment. Dein Moment, in dem du dir Zeit für dich nimmst. Nun konzentriere dich bewusst auf deinen Atem. Atme ein und zähle in Gedanken bis vier oder fünf. Halte den Atem kurz an und atme aus. Dabei zähle bis sechs oder acht. Atme in deinem eigenen Wohlfühltempo und achte darauf, länger auszuatmen, als du einatmest. Mit jedem Atemzug tankst du die frische Energie, der Blätter. Und mit jedem Ausatmen verabschiedest du dich von der Nacht. Wenn du merkst, dass deine Gedanken driften, dann kehre zum Atem zurück. Vielleicht spürst du ihn als kühlen Luftstrom an der Nase. Nun stell dir vor, dass aus deinem Körper Wurzeln wachsen. Sie verankern dich in der Erde. Und wie wäre es, wenn du diese Verbindung nun als fließende Energie wahrnimmst? Sie strömt in dich ein, flutet deine Zellen. Vielleicht spürst du ein leichtes Kribbeln. Sage zu dir selbst, ich bin voller Kraft und Zuversicht. Ich bin dankbar für diesen neuen Tag. Ich bin voller Vertrauen, dass er mir Gutes bringt. Lass diese Gedanken in dir wurzeln. Mit ihnen speicherst du das Bild des Waldes in dir. Und wenn es einmal stressig wird, schließe kurz die Augen und erinnere dich an die Ruhe, die du jetzt verspürst. Die Gelassenheit, die dich wie ein Zaubermantel umhüllt. Atme noch einmal tief ein und verneige dich in Gedanken vor dem Wald. Vielleicht musst du lächeln. Vielleicht musst du lächeln. Die Meditation geht zu Ende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020